Musik 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 Wie schauts aus? Ping ändert sich gar nicht Oh fuck Ordentlich versammelt grad Wow Am Anfang von jedem Match hab ich Legs drin und dann geht's plötzlich Oh, abgefangen, schön Schön Hm, fuck Zu nah, zu weit Zu nah, zu weit, was jetzt? Entscheid dich Schön mittig gelegt Nein Wieso war keiner da, oder? Ich war im Tor, ich war im Tor Ja, du sollst ins Tor, der Ball soll ins Tor Er haut ihn selbst rein Ja Aber sowas von direkt Ich bleib hinten Mhm Okay Hm, was macht denn der Ball? Nix Heben, der ist nur bissl nach oben und dann wieder runter Ah, fuck, ich hab die Ecke getroffen Ah, nach vorne What the fuck, wo kommt denn der jetzt wieder her? What? Aus dem Weg, mein Ball Ja Leggen die Typen so hart, oder was ist los? Naja, die sind nicht schlecht Ne, Leggen Nein, du Leggst vielleicht Die spielen doch eh ganz gut, was meinst du mit Leggen? Ja, weil der Ball plötzlich aus dem Nichts wieder retour kam, vorhin Achso, na dann hast du Problemchen Der rennt ist super Der rennt ist super Oh, schön No, der Rampen für den volle Kahn Mit Dick Geht er zurück? Geht, das sind Nahezu die gleichen Chaoten wie wir Wir sind besser Ich sag ja nahezu die gleichen Chaoten Wir sind die besseren Chaoten Ja 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 Sehr schön Der hat mich weggeschubst Da hab ich dann kurz abgebogen Passt ja Oh 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 fast Ja Ja Danke Ja ja Das machen wir auch so Und wieder zurück Oh ne Oh Und schön in die Mitte Ah fuck Einer hat gelieft Oh schön, oh nice Ah fuck Oh den hat er den schon geklaut Der geht rein Der geht rein Der geht rein Der geht rein Verkackt Okay, es ist ein dritter jetzt reingekommen von denen Das hab ich schön verkackt Der war gut, der war einfach nur gut von ihm geschossen Ja, 2-1 Hat sogar keine Chance Geh ich bleib hinten Manchmal passiert es, dass man da 5 Minuten 5 Minuten zockt Das geht einfach gar nichts voran Jo Ein bisschen boost holen Was war denn das jetzt gerade Okay, wie sahst du ihn? Okay, nein, hast du nicht Ja, auf einmal fliegt er davon Ah fuck Ah fuck Der hat mich wirklich geschossen Hier Sehr gut Weiter nach vorne Ah Knapp verfehlt Ich schaff dir nicht Ah Und ich war einen Millimeter dran vorbei Scheisse 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 Und sie klingelt Rausgeholt Wiesel Sehr schön Sehr schön Ja Ja Bin nebendran Fangen wir jetzt in die Mitte Nicht? Oh, komm, nein Das gefällt mir an solchen Spielen Abgedenkt? Wie Rocket League Oder Overwatch Es ist bis zum Bis zum Ende halt spannend manchmal Nicht immer Manchmal 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 wirst du einfach immer nur zerstört Nö, ne Das schon Aber manchmal wirst du Manchmal spielt man wirklich bis zur letzten Minute spannend Ja jetzt 2-1 Also Die müssen jetzt ein Tor geben Damit sie einen Ausgleich hat Oder hier Um zu gewinnen Und rein Ja Der war schön Gott, das war ein Traumtor Mann Ich habe keine Ahnung wie ich das hinbekommen habe Egal Können Können Das ist Können Nein, ich will nicht angeben Das war Lucky Hahahaha Das geilste ist ja wenn alle auf dem Ball zuballen Oh oh Meiner Oh nein Greift an Ja, 3-1 Die Tür ab vorne Nee Gestupst Hahahaha Und ich bin mitten in der Luft Top Ich bleibe Ich bin im Tor Ich bin im Tor Ich bin im Tor Ich bin im Tor Hahahaha Sag dir doch schon, das bringt uns nichts Hahahaha Oh man, was ist denn das für ein Geficke hier Nichts Geficke Oh 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 shit Oh shit Oh shit Nein, nein Das ist Präzision Das können Ah, der hat mich weggeschubst Upsini Ja, der Sanaya ist nicht schlecht Der hat den Ball unter Kontrolle Oh oh Naja, es geht Er hat ihn jetzt schön Schön verfehlt Naja Das ist natürlich auch Aber Man sieht wie er immer wirklich nah am Ball spielt Ok, Mittelfeld Mittelfeld Ja, ich bin zu weit weg Und rein Jaaaa Nice Good Teamplay Good Teamplay Nice gemacht Hahaha Gerade noch Aber gerade noch so Das war knapp Ich bleib hin Ich bleib hin Tor, Tor Ja Und rein damit Jaaaa So muss das dauern Schön vorgelegt Schmiele Schön vorgelegt Raumhaft Hey und wenn er den Turbo macht, dann macht er diese Blitze wie bei Zurück in die Zukunft Und die brennende Spur am Boden Ich bleib wieder hinten Nein, ich bleib hinten Nein, ich bleib hinten Das gefällt mir hinten Ok, dann bleib Ja, wir waren nebeneinander Ich war ein Stück weiter hinten als du Ab nach vorne damit Ab nach vorne damit Hui Boah Mit dem Arsch wurde er aufgerissen Ich weiss nicht, ich habe irgendeinen Gegner zerstört Ja Nein Schade Schade, schade Aber Ich war fast dran Der war schon sehr sehr gut unterwegs Aha, wieso Nein Ich bin hier Ich bin hier Oh Fuck Oh der ist drin Echt jetzt rückwärts Oh nein So der Er rennt vor Jo Ich renne, ich renne, ich renne Ich renne Was? Was? Es geht ab Rocket League Nein Naja, ein bisschen Blödsinn Aha Nicht immer nur Kugeln Ah fuck Und Money So, der Ball geht in die Mitte Scheiße Ah, daneben Ah, ich auch Nein Nein Wow What the fuck Keine Ahnung Der wurde scharf geschossen Er war richtig Geht der, geht der, geht der Nein Knapp nicht Aber er bleibt Nein Nein, kommt wieder Diesel Ah Diesel Habe ihn Habe ihn Und Ah Shit Nein Ich war noch fast dran Und ich habe ihn verkackt Naja, das kann passieren Na, manchmal sind die Bälle wirklich sehr, sehr schnell Boah, jetzt bleib ich hin Toll Noo Communications Kommt einfach aus dem Nichts. Dieser kleine Penner. Na gut, kommt. Nach zwei Tore. Und jetzt in die Mitte? Nein, hat abgewehrt. Klunk. Haut ihn rein. Ja, ja, ja. Ja. Jawoll. Nice. Und jetzt noch ein Tor und wir sind durch. Und zack. Schön gemacht, jungs. Schön gemacht. Ich gehe vor. Ich komme mit. Ach so, ich gehe vor, ich komme mit. Nein? Zu hoch, zu hoch. Zu hoch, zu hoch. Ja, wie ist das? Ich gehe mir aus dem Gesicht. Schnürfel an meinem Auspuff. Ja, 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 ja. Mach's. Ich hau den hoch. Los, tu es, los. Zu weit weg, ist zu weit weg. Ja, also bitte fällt. Und rein damit. Ja, 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 ja. Nice. Schöner kleiner Fallrückzieher Schmiele und boing. Schön reingesendelt. Unter die Latte. Ja, schön. Bleib hinten. Na gut, jetzt gehe ich vor. Wieder nicht alle drei. Nein, ich bleib hinten. Uh, der geht aber weit. Okay, da kommt Arbeit auf dich. Und raus damit. Ja, ja, ja. Los, komm. Fuck. Shit, Mann. Boah, der hat ihn gut geblockt. Der hat ihn echt gut geblockt. Lecklich. Okay, die schaffen es nicht mehr. Also wenn sie es jetzt schaffen, vielleicht jetzt? Ne. Da hätte noch mal einer heben müssen. Was für eine geile Hunde. Boah, die war gigantisch. Ja, da machen wir jetzt. Boing. Und der schmeißt sich. Und zu hoch. Scheiße. Oh, der war knapp. Schön gehoben in die Mitte. Boah, Riese. Scheiße. Ach, komm jetzt, echt. Da denkst du manchmal. What? Jetzt habe ich verkackt, Mann. In die Mitte. Nein. Jetzt haben wir ihn wieder rausgeholt. Was, Mann? Ich kann nicht mehr fahren. Nein. Der schießt nicht aus dem Tor. Ja, mach ihn in die Mitte. Ja, 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 ja. Daneben. Fuck. Wieso? Wiesel. Ja, ja. Trauer war's. Ich habe ihn einfach mal ein bisschen lang gehoben. Ja, jetzt aber ins Tor. Komm, 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 komm. Ich fahre auch daneben mit. Ja, schön. Ja, warum einfach, wenn es so kompliziert geht, ne? Ja, genau. Einfach so. Passt schon. Und ab nach vorne. Der hat mich weggeschubst. Hoppala. Ah, schöner Fallrückzieher. Da. Kommt der Papa. Meiner. Und rein. Sehr schön. Schmiele und ich habe irgendwie angetäuscht. Wiesel hat ihn ein. Boing. Nice. Ah, das war mal wieder schön. Sehr schön, Jungs. Sehr schön. Oh oh. Nicht gut. Der geht aber urgefährlich. Retour zu uns. Nein. Oh oh. What the fuck. Das war jetzt knapp. War mal richtig knapp. Und schön nach vorne. Und da. Nein. Ah. Passt. Der kam nicht richtig. Aber hätten wir ihn nicht bekommen, hätte ich mir ihn geholt. Na komm. Ah. Genau. Gerade so, Mann. Ja, ich wollte gerade sagen, was soll das Scheiße. Tja, ich warte, ich warte, ich warte. Schöööön, hast du ihn getroffen, und dann forzt er so komisch ins Tor rein. Was macht ihr mit dem Ball? Ja, spielen. Das sieht aber nicht so aus. Zu dir zurückgeben. Verkackt. Boah, nein. Naja, 3-1 kommt, das ist ja nicht so schlimm. 1-1 wäre halt, jo. Wir sind echt schon bei 3? Jo. Ich bleib. Und ab nach vorne ein bissel. Den habe ich jetzt voll gerammt. Wiesel. Stolper bei dir unter dem Ball drüber. Schön Wiesel, hau rein. Wow, den hast du schön angetäuscht. Geil. Das war ein Traumtor, Mann. Wir haben geradewegs dabei. Geil. So, geht vor, ich bin hinter euch. Jo. Ah, fuck. Daneben. Wo, kommst du hier? Wo, kommst du hier? Wo, kommst du hier? Wer hat ihn abgefälscht? Ja, Leute, entscheidet euch. Gebt mir den Ball drüber. Toll. Ah, der hat mich weggeschaut. Nein. Ich habe einen blockiert. Und ab nach vorne mit dich. Weg hier. Nein. Wurde von irgendeinem geschubst und ich rein. Ja, von mir, von mir. Genau, krass. Wow. Gut. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Scheiße. Ja, ja. Nein, nein. Ja, ja. Juhu. Und abgewehrt. Was ist das für ein Chaos? Keiner trifft den Ball. Ja, das ist halt manchmal so. Oh nein, oh nein. Nein, nein, nein. Oh, vier Sekunden. Komm schon. Ja, aber vier, zwei. Was jammer's drum. Oh, trotzdem. Das hätte nicht mehr sein müssen. Hahaha. Na, bei vier. Bei vier Toren ist nicht so schlimm. Wenn sie jetzt in vier Sekunden noch zwei geben. Es geht ums Prinzip. Ja. Ich bleib stehen. Piep. Ja. Ja. Gewinner. Good game. Uh. Oddworld. Cool. Wiesel. Wiesel. Sieben oder zwanzig Punkte. Ja, fick dich. Haha. Nein, nein. Fick dich. Fick dich. Haha. Ja, ein bisschen ist was noch. Geht vor. Schön. Ja. Ja, wenn ich jetzt einer trifft den Ball. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab's mitgelassen. Und schön mit. Oh, fuck. Was? Ja, ich hab, der war zu schnell. Wie hat der den noch erwischt, man? Und Mitte. Okay, nein, dann nehmen wir ihn rein. Habe es mir anders überlegt. Mich hätte ihn auch erwischt. Hättest du ihn, das hätte dich ihn erwischt. Schau. Mit Turbo bin ich hinter dir her. Ob du ihn aber... Na gut, du hättest ihn auch reinbekommen, ja. Ja. Du warst doch noch im guten Winkel. Na, Hauptsache Tor. Hm. So, ich geh vor. Ich hab nicht gesehen, dass du direkt hinter mir her bist. Woppa. Ja, ja. Schaff ich nicht, nein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, zu hoch. Boah. Ich hab keine Tür vor. So, jetzt. Mittig. Ein bisschen zumindest. Mhm. Ja, ja. Hau rein da. Ich wollte einfach noch auf Nummer sicher gehen. Sorry. Der hätte dir gehört. Er wäre auch nicht reingegangen. Ich glaube nicht, dass er auch reingegangen wäre. Nein, ich glaube auch nicht. Nein. Nein. Aber einfach nur volle Kanne drauf. Passt schon. Ich hab schon gedacht. Das ist wurscht. Ich bleib. Ich hab gedacht, die... Die holen ihn nochmal raus, ne? Ja. Ich hatte auch Angst. War auf einmal zwei. Boah. Oh shit. Nice. Ja, ey. Oh nice. Das war schön. Das war ein ganz gemütliches Tor. Aber der hätte ihn abquert. Der war nicht schlecht. Der war gut unterwegs. Ich geh wieder vor. Ja. Das war Absicht. Wir wissen, was wir machen. Nicht nur Schmalk. Schmalk in die Mitte. So ein Punkt. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Boah, da ging drüber. Glück gehabt. Die sind nicht schlecht. Es geht. Uh, schön. Ja, fast. Nein. Geht schon. Oh, scheiße. Schmiele, nicht schlafen. Immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Nicht wie angewürzelt drum stehen. Nicht so schlimm. 3-1 für uns. Ja, es sind ja nur Tipps. Aber ich bin doch in die Richtung gesprungen. Ja, immerhin. Scheiße. Der war zu hoch für mich. Ich hätte ihn bekommen können, theoretisch. Aber für das bin ich nicht gut genug. Den hat er traumhaft angehittet. Ja, Lucky. Jetzt freu dir ein Ast. Bitte. Ja, passt schon. Hauptsache, weg von unserem. Nope, du kriegst ihn nicht. Ich bin kein Ballwiesel. Ich bin kein Ballwiesel. Ich bin Deutsch. Nein, J conclus. Oh, schu, schu. Oh, schu. Oh, schu. Ohhhh, nein! Geht mir nicht aufm... Ja, ramme ich doch nicht! Ich niemand rammen, du stehst im Weg. Jaaa! Hehehehe! Hey, come on! Und drüber geh um! Ach, come on, jetzt echt, geh mir langsam aufm Wecker. Ja, such doch euer eigenes Tor. Ja, jetzt mach Turbo! Haha, los! Der war verkackt. Da kann man schnell auf mich zuschressen. Die kriegen ihn auch jedes Mal wieder zu uns rüber. Ah, raus damit! Fuck! Wow! Ohhhh! Ohhhh! Ja, sieht gut aus. Ja, ne, der hat sich noch davor gestellt. Ui! Hat mir einer reingeschubst. Das ist geil jetzt hier. Hier, die kämpfen, weil die wissen, 3-3 und dann gibt's Verlängerung. Ohhhh! Und 15 Sekunden noch. Fuck, verfehlt! Wopala! Okay, einer hat Harry Kirik, Mann. Ah, voll verfehlt. Schmiele hat einen zerstört. Schön, Schmiele. Guuuut! Nice, Jungs! Ich spiele einfach wie der toter Mann, wie immer. Na komm, Leute! Rematch! Schau keine Pussies! Na komm, gib an! Nimm an! Ja, komm! Zero, du musst noch bereit klicken. Echt so? Jetzt hat's so. Weil dann spielen wir genau wieder gegen die Gleichen. Revanche! Na ja. Ich geh vor. Ja. Ah, Schweiße! Ja! Das war knapp. Das war zu nah dran. Der fliegt dann einfach so runter. Die können dann nur Anlauf nehmen. Oder wir müssen halt von der Seite voll reinfahren. Das haben's gut gemacht, weil wenn ein Tor fällt, gibt's eine riesen Explosion. Mhh. Mhh. Oh, Scheiß. Spiel, ehrlich. Richtiges Scheiß. Richtiges Scheiß. Richtig, Team, Team Wechsel. Oh, nein! Nein, Levin! Boah! Sehr schnell! Boah, Weasel! Joss, schieß in die Mitte. Keine Booster, keine Booster, hier die Booster. Du meinst die Turbo? Turbo Boost. Ui, nein, er hat ihn echt gewohnt. Oh, schade. Sorry, sind die Schmiele. Alles gut. Oh, schön. Und nach vorne. Und, nein. Nice. Uno, uno. Schöne, schöne Tore. Schöne Tore. Ui. Sehr schick. Und, ab nach vorne. Dahin soll der Ball aber nicht. Naja. Das ist bei diesem Hau drauf. Leider immer. Oh, shit. Oh, shit. Scheiße, das haben sie gut, gut erwischt. Naja, Glück gehabt. Was sind die 40 Pro für eine Pistole zur Hölle? Eine Pistole? Ja. Die kann ich nicht kaufen. Ich bleib. Und dann fliege ich so Kilometer weit irgendwo hin. Das kenne ich. Passiert mir auch mehr als oft genug. Nein. Fuck, nein. Wie konnte ich den verfehlen, Mann? Oh, ja, 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 ja. Los, komm, Wiesel. Den holen wir uns. Ja, Zero ist bei dir. Ah. Wiesel raus. Wow, den hat er aber schön aus der Luft geholt. Hm. Oh, toll. Oh, schön, Wiesel. Ich würde ja als Komala joinen, aber es bringt mir ja nichts, weil dann kann ich mich selber nicht befördern. Ich glaube, ich habe ihn. Oh, oh. Und ab damit. Sehr spannend. Ah, shit. Aber ich habe wenigstens noch ihn geblockt. Ah, come on. Nein, fuck. Boah, den haben sie uns reingesemmelt, ey. Ah. Fuck. Den haben sie uns ordentlich reingehauen, ey. Eineinhalb Minuten ist eine lange Zeit. Ja, ja, trotzdem. Ich habe keinen Booster. Dann gucken wir jetzt nach den Typen mal gucken. Oh, was geht hier lau? Hm. Ja. Schön drüber gehoben, aber schlechter Winkel. Noch mal in die Mitte. Ah. Ja. Ja, das finde ich schlecht. Ich komme nicht. Ja, da sind ja auch zwei raus und zwei neue dazugekommen. Oh, der geht falsch. Ja. Ja. Nein. Nein. Shit. Das ist doch. Kacke. Na ja. Aber gut gespielt. Gut gespielt. Ja, wie gesagt. Mal so, mal so. Hm. Ah, Schmiel hat es doch verzweifelt versucht. Nochmal alle drauf. Ups. Na ja. Wiesel geht ins Tor. Ja. Bin im Tor. Ich habe Wiesel ins Tor geschossen. Bye bye, Kataka. Eine AI war dabei. Komm, machen wir nochmal. Machen wir das. Ja, komm, die müssen wir jetzt. Das war jetzt ein interessantes Match, ja. Komm schon mal. Noch eine Runde und dann bin ich langsam raus. Oh, 20 vor 1. Okay. Juhu. Oh, scheiße. Knapp verfehl. Nein. Den hat er mit direkt zugespielt. Ah, fuck. Er ist wieder da. Nein. Nein. Verpiss dich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der Gang. Der ging schon schön hoch über dich drüber. Oh, den hat er schön über dich drüber gespielt. Schau dir das an. Der Ubisoft ist nicht schlecht. Er spielt gut. Ich bleib wieder. Nein. Oh, scheiße. Der ging schöner für mich. Dann hau ich halt rein. Ja, sehr schön. Ja, genau. Danke. Das war nötig. Ja. Ich dachte mir, ihr furzt hier so um den Ball rum. Das kann ich mir nicht länger mit ansehen. Ah, fuck. Fast. Schlechter Winkel. Oh, shit. Und, 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 und. Oh, fuck. Ah, Arschloch. Turbo. Wow, der ging aber. Oh, nice, Schmiele. Geil. Nice. Wow, der war gigantisch. Psch. Boom. Wow, der war so gigantisch. Ich schwöre, man. Ich bleib. Viel Dank. Viel Dank. Viel Dank. Der war, der war. Wow. Wow. Oh, ich bin ihm da. Oh, oh. Ich habe keine Turbo. Perfekt. Ah, fuck. So knapp, da fehlt der Silke. Nein, 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 nein. Oh, den haben sie, den haben sie, den haben sie. Oh. Doch. Das war knapp. Der wurde in die Luft gejagt. Boom. Sarah macht den Kapo. Ich habe gehofft, es bringt noch was. Oh, scheiße, der Typ. Fischt ihn da aus der Luft. Nein, 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 der hat sich gerammt. Der scheiße Typ. Wurde noch gerammt, ey. Verdammte Scheiße. Kacke. Okay, puh puh. Besser. Drei, eins. Ich bleib. Nein, das gibt's nicht. What the fuck? Dass der so gut steht, Mann. Ja, das ist ein Volet einfach. Der Ball ist ihm genau vor dem Auto. Ah, Mann. Ich wollte ihn blocken, aber... Ich habe es ein bisschen verkackt. Ah, dieser Penner. Ah, fuck, come on. Das gibt's nicht. Der Typ, ach, wie fertig. Unglaublich. Nein. Shit. Und jetzt schieß. Und nochmal nach vorne. Und nochmal. Schön mittig. Oh, rein. Nein. Come on. Millimeter. Oh, fuck. Kein Tyro. Nein, diesmal nicht. Ach, come on. Was ist halt der Scheiße? Ah, ich hätte den Ball erwischt. Der fährt mich voll rein. Ah, shit. Oh, oh. Ja, ist gut. Ist gut. Passt schon. Der Ball ist am anderen Ende. Ja, hätte mir noch weggepasst. Au. Sorry. Sorry. Zweimal, ha? So, und jetzt rein damit. Nein. 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 Oh, Gott. Ich bin so unfähig. Ah, fuck. Tor. Ich hab gedacht, beide verfehlen. Dann kommt der dritte. Ja, zwei haben verfehlt, ja. Aber die haben, glaube ich, nur angetäuscht. Der Typ ist Pro. Geh weg. Spiele Ranglistenspiele. Der eine ist Pro für und der eine ist Semipro für. Ja, aber trotzdem. Geht den Ranglistenspiel, ihr Spackos. Hört auf Noobs wie uns zu zerstören. Ja, 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 ja. Und rein damit. Ich wollte sicher gehen, sorry. Ja, noch eine Minute. Also, 7-6 oder 6-6? Suchst euch aus. 6-6. Ich hätte noch gerne dritte 6. Kann ich die auch haben? Nächstes Match. Ich geh vor. Alle gehen vor. Auch gut. Nee. Ja, ich geh zurück. Nein, nein, patsch schon. Wir sind ja alle losgekommen. Oh, Schmiele. Wiesel. Wiesel. Oh, scheiße. Ah, fuck. Shit. Boah, ich würde in die Luft gehen. Nein. Das gibt's doch noch. Oh, gerade noch erwischt. Ja, komm schon. Und zerstört. Ja, ja, ja. Nice. Er wollte ihn abfangen und ich zerstöre ihn. Ich bleib. Ja, das war geil. Der war geil. Gibt's nicht, sag ich. Ich bleib. Alle voll daneben. Nein. Nein! Haut nochmal rein das Ding! Ja! Ja! Das ist geil! Dadurch, dass wir nicht noch 30 Sekunden haben. Ja! Roll! Und da steht Wiesel! Ja, war sehr schön! Oh, nice! Haben wir noch gut was rausgeholt jetzt! Okay! Puff! Ab zum Hauptmenü! Jo! Wow! Ach, sehr schön!